Die Kirchheimer Critical Mass Freut euch auf alle Folgen, alle gemeinsam, alle auf einmal. Viel Spaß bei der Kirchheimer Critical Mass. Mein Name ist Martin Schmid und ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Musik Die 12. Kirchheimer Critical Mass Wir fahren gemeinsam Fahrrad. Musik Wir fahren Fahrrad, weil es Spaß macht. Musik Wir fahren gemeinsam Fahrrad, weil es noch viel mehr Spaß macht. Musik Musik Wir fahren gemeinsam Fahrrad. Musik Wir fahren gemeinsam Fahrrad, weil wir eine menschengerechte Stadt mit weniger CO2-Emissionen, Abgasen und Autolärm verordern. Musik Wir fahren gemeinsam Fahrrad, weil wir uns verbessere und sicherere Fahrrad und Fußwege einsetzen. Musik Wir fahren gemeinsam Fahrrad, weil wir uns verbessere und sicherere Fahrrad und Fußwege einsetzen. Musik Wir fahren gemeinsam Fahrrad, weil wir mehr und sichere Fahrrad und Stellplätze benötigen. Musik Musik 35. Musik Saumäßig viele, das ist gut. Musik 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 Wir fahren gemeinsam Fahrrad, weil wir gesund bleiben wollen und die Bewegung uns gut tut. Wir fahren gemeinsam Fahrrad, weil wir einen besseren öffentlichen Verkehr mit Bus-, Bahn- und Carsharing brauchen. Wir fahren gemeinsam Fahrrad, weil wir uns für eine gerechte Verteilung der Straßen für Bus-, Fahrräder-, Fußgänger- und Autos stark machen. Wir fahren gemeinsam Fahrrad, weil wir mehr Menschen für eine nachhaltige Verkehrswende begeistern möchten. Warum fährst du nicht? Schreib es mir in die Kommentare. Wir fahren Fahrrad, weil es Spaß macht. Wir fahren gemeinsam Fahrrad, weil es noch viel mehr Spaß macht. Kommt einfach mit beim nächsten Mal. Jeden zweiten Freitag im Monat. Jeden zweiten Freitag im Monat. Jeden zweiten Freitag im Monat. Liebe Verkehrsplaner, erwachet! Wir sind die, die mit dem Rad fahren. Mein Name ist Martin Schmid und ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und oberen Sie sich selbst. Erwachet! 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 Erwachet ist der Titel einer weltweit regelmäßig erscheinenden Zeitschrift. Wir kennen sie alle, unsere Freunde. Zu jeder menschenunwürdigen Zeit stehen sie vor der Haustür und wollen dich einladen. Einladen! Einladen! Zu einem Gespräch! Und alle Millisekunden später ist der Fuß in der Tür. Und was hat das nun mit der Critical Mass zu tun? Naja... Bei genauem Hinsehen erkennt man die Parallelen. Wir erscheinen regelmäßig. Wir schreiben Zeitgeschichte. In einer menschenunwürdigen Zeit fordern wir unseren Platz. Und wir laden ein. Zu eins. Ja, zum Mitmachen. Zum Teilhaben. Ja, zu einem Gespräch. Nicht über Gott und die Bibel, sondern über Verkehrsinfrastruktur Wir laden ein zu einem Gespräch Und wir haben den Fuß schon in der Tür Klar, die Verkehrsplaner sagen nun Ach ihr Radfahrer, ihr wollt doch immer das gleiche Na Platz fürs Rad, bessere Infrastruktur Öffentlichen Nahverkehr, nachhaltige Verkehrswende Menschengerechte Innenstädte und so weiter Das kennen wir schon auswendig Außerdem habe ich als Planer in Kirchheim In den letzten 30 Dienstjahren immer alles richtig gemacht Trotzdem laden wir ein Denn wir sind die Experten Wir sind die, die mit dem Rad fahren Wir sind die, die sich das jeden Tag antun Wir sind die, die sich in der Zone 30 von Stadtpanzern jagen lassen Und wir sind die, die auf roten Todesstreifen um unser Leben radeln Und genau deswegen treten wir in Erscheuen In einer menschenunwürdigen Zeit fordern wir Wahrgenommen zu werden Liebe Verkehrsplaner, erwachet Liebe Stadt Kirchheim, erwache Hört auf damit, das Märchen vom Schutzstreifen zu erzählen Hört auf damit, rote Todesstreifen zu malen Hört einfach mal zu Hört einfach mal zu Erwachet 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 Wir machen gleich Critical Mass Wir machen gleich Critical Mass Und dann machen wir die ins Fahrrad hin Als Abstandshalter Dass die Autofahrer wissen, wie weit Abstandshalter soll das beim Überholen 1,5 Meter Und das ist ganz schön weit Das ist ganz schön viel 14. Kirchheimer Critical Mass Denn das Auto wird schneller verschwinden, als wir denken Wir brauchen die Verkehrswende Die Verkehrswende braucht das Rad Wir brauchen die Verkehrswende Das besträtet keiner mehr ernsthaft Es ist nichts damit getan Einfach den völlig veralteten Verbrennungsmotor zu ersetzen Die Schäden durch eine andere Technologie Das ist Augenmischerei und verändert gar nichts Das ist Augenmischerei und verändert gar nichts Den Verlust der Lebensqualität will keiner mehr hinnehmen Den Verlust der Lebensqualität will keiner mehr hinnehmen Dazu gehört das Fahrrad Es benötigt kaum Rohstoffe Es zerstört fast keine Ressourcen Es zerstört fast keine Ressourcen Es beansprucht wenig Raum Es fördert die Gesundheit Es verursacht keinen Lärm Es verschmutzt nicht die Umwelt Es bringt Lebensqualität zurück in autoverseuchte Innenstädte Es bringt Lebensqualität zurück in autoverseuchte Innenstädte Zur Verkehrswende gehört es als zentrales Element unbedingt dazu Eine gesunde Stadt braucht das Fahrrad Die Unwärm Darum sollten wir schon heute die Weichen stellen Denn das Auto wird schneller verschwinden als wir denken Danke dass ihr dabei seid Daumen hoch und lass dein Abo da. Denn das Auto wird schneller verschwinden, als wir denken. Es ist wichtig, dass wir mehr werden. Nächstes Mal wird es sich aufschönen. Also bitte Werbung machen und ein schönes Wochenende noch. Die 15. Kirchheimer Critical Mass. Radeln für eine sichere Infrastruktur. Richtig. Und jetzt kommen die Wälder auf. Richtig. 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 Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Musik 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 Da testest du ja schon noch selbst zu reden. Auf fahren wir lieber ein Stück langsamer, weil da sind Händeläuse dabei, die dehnen sich glaube ich da ein bisschen schwer. So. 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 Untertitelung. BR 2018 Danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch und lasst ein Abo da. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr dabei wart. Eigentlich wollte ich heute gar keinen Film machen. Mit 15 Teilnehmern haben wir die kritische Masse nur knapp erreicht. Aber wenn ich schon so lieb gefragt werde. Danke, dass ihr dabei wart. 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 Das war's für mich, das war's für mich. Die 18. Kirchheimer Critical Miles. Radelnd für eine sichere Infrastruktur. Ja, die 17. fehlt. An diesem Tag war ich unterwegs mit der sechsten Kirchheimer Friedens-Tour. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, wird es Zeit für ein Abo. Aber jetzt starten wir zur 18. Kirchheimer Critical Miles. Radelnd für eine sichere Infrastruktur. Ja, ich würde sagen, wenn man frühe Begeisterung geht. Ich sage mal, ich mache Bescheid, dass die alleinsame Fahrer sind. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tschüss, bis zum nächsten Mal